Mein Name ist Eberhard Schui, ich bin Still Life und Produktfotograf und Canon Ambassador. Die EOS 1DX Mark III ist ein wirklich neues, tolles Handwerkszeug und ich bin sehr froh, damit zu arbeiten, weil sie uns in vielen Bereichen immer dann, wenn es auch mal ein bisschen Action im Still Life-Bereich gibt, das Leben deutlich einfacher macht. Also endlich für die Objektfotografen gibt es ein Objekt-Tracking, das heißt ich kann meine Produkte wirklich im Autofokus verfolgen lassen. Das macht es wirklich einfacher immer denn, wenn die Produkte nicht parallel zur Kamera, sondern auf die Kamera zufliegen, um wirklich Dynamik im Bild zu haben. Dann ist es jetzt möglich, diese Objekte wirklich vom Autofokus verfolgen zu lassen und so immer tolle scharfe Bilder zu bekommen und das natürlich auch noch in einer Schnelligkeit, die atemberaubend ist. Also mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde kann ich belichten und das nicht nur bei Dauerlicht, sondern tatsächlich auch, wenn ich den richtigen Blitz habe, mit der Studio-Blitzanlage. Und damit lassen sich wirklich neue Bilder schaffen, auf die ich mich sehr freue und ein weiteres Ding, was ich sehr sehr schön finde an dieser Kamera ist, dass wir im Still Life-Bereich ja sehr oft in sehr dunklen Studios stehen und ich bisher mit der Taschenlampe immer schauen musste, wenn ich an der Kamera etwas verändere und nun ist es tatsächlich möglich, dass ich mir meine Tasten beleuchte und auch da nicht mehr mit der Taschenlampe rumlaufen muss. Also alles in allem ein super Handwerkszeug, auch für Still Life-Bereich und ich freue mich wirklich darauf, mit ihr zu arbeiten. Bis zum nächsten Mal.